Hallo und herzlich willkommen liebe Zuschauer zu Empire Total War mit mir, dem General Pilofas und dem... Günther Shadow aka Tante Günner, ich grüße euch meine lieben Zuschauer. Ja, wir haben uns gedacht, wir wollen euch mal überraschen mit Empire Total War. Und zwar hat das Ganze auch einen Hintergrund. Die meisten von euch dürften ja unsere Koop-Kampagne in Rome 2 verfolgt haben. Und vielleicht ist es euch in der letzten Folge aufgefallen, dass es ziemlich gebaggt hat, dass die KI gebaggt hat, dass Günther nicht mal mehr auf der Kampagnenkarte steuern konnte. Und ich glaube, du könntest jetzt einfach nochmal kurz erklären, warum wir uns jetzt entschieden haben, Empire zu spielen. Aber wir belassen es ja nicht nur bei Empire, ne? Ja, ja, genau. Also der Grund war halt unter anderem, dass ich mit meiner Tastatur nicht mehr auf der Kampagnenkarte irgendwas steuern konnte. In den Schlachten ging es zwar, aber ansonsten halt eben nicht. Und das macht einfach die Verwaltung total aufwendig und ätzend. Und dann haben wir einfach gedacht, okay, wir laden mal ein paar ältere Spielstände. Da hat es aber auch nicht mehr funktioniert. Also irgendwie ist da jetzt total der Wurm drin, was ja auch einige von euch schon gesagt haben, dass das durchaus durch die Patches passieren kann. Ist halt blöd. Jetzt haben wir das Projekt quasi erstmal auf Eis gelegt oder still gelegt, sagen wir mal. Und wir haben uns gedacht, weil viele von euch gesagt haben, wir wollen gerne Online-Schlachten sehen. Dann machen wir einfach ein paar Online-Schlachten, aber eben nicht nur zu einem Total War Teil, sondern eben zu mehreren. Und der Clou ist ja zum Beispiel jetzt gerade heute spielen wir Empire. Da kann ich noch einiges von Pirlo lernen, denn ich habe weder Napoleon noch Empire wirklich oft gespielt. Und ja, ich habe gedacht, ich spiele mal eine Nation, die jetzt nicht wirklich dafür bekannt ist, dass sie starke Einheiten hat, nämlich die Spanier. Ja, damit hast du natürlich auch schon mal gleich eine Ausrede. Ich habe mich für die doch recht starken Franzosen entschieden. Es ist halt so, wir sind alle in unterschiedlichen Total War Teilen, unterschiedlich versiert, unterschiedlich gut. Also meine Stärke liegt vielleicht in Napoleon und in Shogun 2 bin ich auch recht gut, aber da bist du, Günther, ja eigentlich genauso gut, schätze ich mal. Dann gibt es wieder so Spiele wie Rome oder Medieval, wo du vielleicht besser bist. Wir werden, glaube ich, die ganze Palette durchgehen. Dieses Mal ist es halt Empire, aber wie gesagt, da kommt alles dran. Und ja, was wir dann am Ende vielleicht doch vermehrt spielen, hängt erstens mal davon ab, was uns am meisten Spaß macht, wo es am ausgeglichensten ist und natürlich von euch. Das heißt, wenn ihr unbedingt Empire sehen wollt, dann lasst es uns auf jeden Fall wissen. Und wenn ihr meinte, so ein Mist, dann wartet doch lieber mal, bis das Spiel kommt, das euch interessiert und dann könnt ihr das unterstützen. Das bringt uns viel mehr, als wenn ihr dieses Video hier jetzt, weil es Empire ist, sag ich mal, kontraproduktiv unterstützt. Ja, oder sagt doch einfach, wir wollen gerne eine Shogun 2 Schlacht sehen oder so und dann spielen wir halt auch mal Shogun 2. Ich würde sagen, wir hören jetzt mal auf hier, großartig um den heißen Brei rumzureden, sondern hauen wir uns doch mal einfach gegenseitig die Köpfe ein. Ganz genau. Genau. Frankreich gegen Spanien, die Map ist Provence. Eigentlich recht gut gesetzt, das heißt, du bist bei mir eingefallen. Ja, ja, genau. Hast du das wagen. Hinterhältigerweise habe ich mich in dein Land geschlichen und will jetzt deine Frauen stehlen. Meine Frauen stehlen? Die habe ich längst in Sicherheit gebracht. Ja. Die starken Männer, die stelle ich dir jetzt entgegen. Wir spielen ohne Artillerie. Das sei vielleicht erwähnt. Und ja, gewöhnt euch an unermüdliche Tätigkeit, sagte Prinz Alexander Suvorov. Graf von Rümnik, ein russischer General. Das. Eigentlich ja für eine Map mit Artillerie, oder eigentlich wäre das hier eine Map, die ganz gut wäre, auch für Artillerie. Hier gibt es wenig Möglichkeiten, um sich zu verstecken, wenn ich das richtig sehe. Ich schaue es mir auch gerade mal eben an. Ja, ist eine Map, die gut für Artillerie ist. Also du kannst dich auf jeden Fall an gewissen Stellen... Könnte man hier gut einsetzen. ...wo du gutes Sichtfeld hast zum Schießen, wo du auch gut variieren kannst, wohin du schießt. Ja. Ich gehe ja mal ganz kurz auf meine Armee ein. Kannst du dann genauso machen. Ich habe mich für insgesamt sechs Kavalleristen entschieden. Zwei Garduco, also zwei... Oh Gott, viel. Deine Armee ist schon jetzt viel besser als meine. Ich sehe es kommen, ja. Zwei Lanzenreiter mit zwei Litzen. Und zwei Chasseuracheval. Das sind Fernkämpfer, die aber auch nahkämpfen können. Also sowas wie berittene Schützen. Allerdings doch recht passabel im Nahkampf. Also kann man auch gegen Infanterie verwenden, wenn sie nicht im Karree ist. Ich weiß nicht, ja. Karree gibt es schon in Empire. Wie gesagt, ich bin nur Napoleon-Experte. Wenn man Experte sagen kann, da gibt es dann auch noch bessere. Aber sagen wir mal, Napoleon kann ich einigermaßen doch. Da. Das kann man mir nicht streitig machen. Dann habe ich noch drei Jäger dabei. Einfach um ein bisschen zu plänkeln mit Günther. Ist vielleicht auch ganz lustig. Und ich empfehle dir, Günther, vielleicht schon mal als freundschaftlicher Rat, den Defensivmodus bei der Infanterie einzuschalten. Konsequent, überall. Ah ja, okay. Ja. Weil die sonst hinterher rennen, oder? Genau, die rennen hinterher. Die sind schlechter in der Verteidigung, wenn sie gecharged werden. Das hat mehrere Gründe. Ah ja, okay. Na, das ist ja mal gut zu wissen. Ja, danke schon mal für den Hinweis an der Stelle. Ja, meine Armee ist also wesentlich kleiner und schlechter. Äh, ich spiele nur zwei Plänkler, ich spiele drei Elite-Infanterie-Einheiten und drei Linien-Infanterie-Regimente und nur vier Einheiten Kavalerie. Also, äh, das doch nochmal, äh, eine deutlich andere Armee als die, die ihr jetzt bei Pilo zu sehen bekommen werdet. Aber ich habe ja immer noch die Ausrede, ich bin ja Empire-Noob, ich habe ja nie Multiplayer gespielt bei Empire. Also, von daher, ähm, kann ich mich ja hier rausreden, ja. Genau. Und dann lassen wir mal die Armeen aufeinander zumarschieren, im Laufschritt am besten. Und ich schaue mir mal deine Armee an. Und die Leute sind schon unterwegs. Wie spricht man das aus? Guardias de Infanterie? Ja, wahrscheinlich, ja. Guardias de Infanterie, ja, wahrscheinlich irgendwie so, ja. Und Casadores hast du auch. Das sind natürlich sehr, sehr gute Plänkler, glaube ich. Ja, die sind, äh, angeblich ganz gut, ja. Ich glaube, meine spricht man Tirailleur aus. Ich weiß aber nicht, was Tirailleur heißt. Wahrscheinlich sowas wie Plänkler. Äh, Tirailleur, ja. Wahrscheinlich, ich denke auch, dass das, äh, also, dass es wahrscheinlich von diesem französischen Wort, äh, Tirailleur oder irgendwie so kommt, ne, oder. Dass es Schützen, Schützen heißt oder irgendwie sowas in der Richtung. Was, was auch nochmal meine Frage wäre, wieso heißt bitte die Guardia de Infanterie Maison du Roi, Haus des Königs? Oder hat Maison noch eine andere Bedeutung? Nein, ähm, das, äh, könnte sein, dass man das dann schon zu napoleonischer Zeit spielt. Ja, wir haben ein Zeitalter spät hier eingestellt, deshalb. Also, wenn das, äh, wenn das Einheiten aus der Zeit Napoleons sind, dann könnte das durchaus sein. Ja, ich werde jetzt dich aber nicht hier auf deiner, äh, Hügelstellung da so einfach ohne weiteres angreifen, ne. Also, das wäre ja nicht so geil, ne. Ich will halt nur nicht, dass du im Wald hockst, wenn ich auf dich schieße, deshalb, äh, hab ich mich so aufgestellt. Du willst sehen, wenn du, wen du umbringst, sagen wir mal so. Auf jeden Fall, erst wenn ich das Weiße in deinen Augen sehe. Ja, also ich hab ja, äh, ich hab ja eher auf, äh, qualitativ hochwertige Einheiten gesetzt, aber wenn ich jetzt auch so die Menge deiner Streitmacht sehe, dann denke ich auch, das könnte durchaus ein Fehler gewesen sein. Äh, ich hab auch nur Elite-Einheiten dabei, ehrlich gesagt. Also, bis auf meine Kavallerie, wie gesagt. Aber ansonsten hab ich das teuerste, was möglich war dabei. Ah ja. Ähm, bis eben auf die Kaff. Also, da hab ich halt ein bisschen gespart. Und die Plankler von mir sind wahrscheinlich wesentlich schlechter als deine. Das könnte auch ein Grund sein. Müsste man mal abwarten. Gab's nicht auch, ach doch, warte mal, man konnte ja auch hier irgendwie diesen, äh, sagen. So, dann lauft mal vor. Ja, also für alle, die jetzt heute ein paar Sounds, äh, vermissen in diesem Spiel. Ähm, wir hatten ein bisschen Probleme. Da mit den Sound gescheit zu konfigurieren, weil immer mein Mikrofon, äh, ausgerastet ist, sobald ich hier irgendwas gemacht habe. Und dementsprechend gibt's dann heute nicht ganz so viel, äh, zu hören. Also, von der Lautstärke her, ne? Ja. Kann man dir, denke ich mal, diesmal noch verzeihen. Bei mir ist der Ton auch nicht sonderlich laut. Ich bin das einfach nicht gewohnt, äh, mit lautem Sound zu spielen. Also, ich hab immer leisen Sound drin. Und, äh, dementsprechend sind das meine Zuschauer, glaube ich, auch gewöhnt, dass ich da den Sound nicht sehr hochdrehe. Was eigentlich schade ist. Nur, äh, wenn ich den Sound hochdrehe, dann höre ich ihn halt selber laut. Und dann, äh, tendiere ich dazu, ein bisschen zu schreien. Und das, äh, ist dann doch unangenehm, wenn ich mir dann zuhöre, wie ich schreie. Im Nachhinein. Ja. Jetzt sehe ich, du verlagerst deine Kafta. Natürlich schon mal gleich. Heftig, heftig. Sind das Kürassiere, oder was ist das? Äh, das ist meine, äh, Elite-Kavallerie. Ja. Interessantes Gurses. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht genau, wie sie heißen, äh, hab ich mir jetzt gar nicht mehr genau angeguckt. Äh, Garidias de Cor, oder irgendwie sowas. Das PS dürfte doch auch im Spanischen stumm sein, denke ich mal. Naja. Schauen wir mal. Ja. Ja, wir haben beide die Leibwache dabei. Ähm, da bitte ich mal um Aufklärung. Die hat ja keine Fähigkeiten. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass sie eigentlich unnötig ist. Wenn einer von euch weiß, dass sie doch Moralbonus gibt, dann bitte in die Kommentare schreiben. Vielleicht sieht man hier nur den Aura-Bonus nicht und das wurde erst in Napoleon implementiert. Könnte ja sein. Ähm, denn ansonsten ist es ja vielleicht sinnvoller, eine andere Einheit als Generalseinheit mitzunehmen. Denn so ist das ja keine sonderlich tolle Kav. Oder vielleicht doch. Ich weiß es ja, wie gesagt, nicht. Ja, ich, äh, bin mir da auch nicht sicher. Aber, ja, also, äh, ich hab jetzt mal gerade wieder hier mit der... Gruppensteuerung zu kämpfen. Ja, danke. Das ist ja... Das sind ja schon römische Verhältnisse hier. Ja, ich muss jetzt auch mal meine Kav ausrichten gegen, äh, die Günther'sche Bedrohung. Oh, und du kommst in Reichweite. Das ist dir klar, oder? Ja, 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 ich will ja auch schießen. Hey, ich hab ordentlich was getroffen. Das ist ja mal schön. Ich hab ordentlich was getroffen. Nett, nett. Oje. Und da fallen die Nächsten auf allen Seiten. So. Gut. Dann, glaub ich, geht jetzt bald der Kampf los. Du stehst ja auch schon bereit. Ich hab mich gerade noch hingestellt, um meine Salve abzugeben. Zack. Auf geht's, kommt schon, schießt. Maison Dura, enttäuscht mich nicht. Ja, jetzt. Und die schießen übrigens in Doppelreihen. Das find ich auch sehr schön. Ja, und irgendwie meine Einheiten sind, äh, blöd gelaufen. Zum Schießen. Naja, okay. Oh, meine Kavallerie ist, äh, meine Kavallerie ist schön langsam, stell ich mal wieder fest. Ja, du bist ordentlich nah herangerückt jetzt hier an mich, also, das ist ja auch gefährlich jetzt für mich. Da muss ich was gegen tun in der Mitte. Die Einheiten könnten auch mal ein bisschen schneller hier laufen. Da haut schon die erste Einheit von mir ab. Ja, gleichzeitig hast du es geschafft, eine Schützeneinheit von mir zu schaffen. Ja, also, ich muss aber, ich muss aber sagen, ich hab also hier, die Zuschauer werden das ja nachher sehen können, ich hab eine Einheit denen Befehl gegeben, da ein Karree zu stürmen und die machen alles, aber, äh, nicht das, äh, was ich ihnen hier gesagt habe. Also, schau dich einfach nur mal an, wie die laufen. Jetzt ist da natürlich, jetzt ist da natürlich alles, äh, vorbei. Hm, ich muss unbedingt mal in der Mitte aushelfen, da bist du total durchgebrochen. Gleichzeitig, was die Kavallerie betrifft, du hast deine Kavallerie halt, ähm, hochgelevelt. Das hat dich auch, das ist auch der Grund, warum deine Einheiten, ähm, sag ich mal hier, äh, weniger an der Mannzahl sind, so insgesamt gesehen. Ja, ja, klar, also ich hab da schon, äh, alles reingehauen an, äh, Punkten, was ich halt irgendwie hatte. Ach, shit, ja, das ist zu spät. So, ja, wolltest ein Karree bilden, nehm ich an, oder? Ja, 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 das hat nicht mehr hingehauen. Ja. Nicht mehr ganz. So, ich hab dich jetzt auch von hinten erwischt an meiner rechten Flanke, wunderbar, mit einer Linieninfanterie. Das, äh, wirst du nicht mehr schaffen da. Ne, aber weißt du, was mir hier jetzt, was mir hier gerade wieder auffällt, wie viel langsamer die Einheiten hier sind im Vergleich zu, äh, zu Rome 2. Ne, das ist doch sehr, sehr auffällig. Auf jeden Fall, ja, ja, klar. Die sind, äh, nicht gerade die schnellsten. Ja, ja. Es ist halt schwierig, du hast so elitäre Infanterie, dass meine Kavallerie-Charges nicht so viel bringen, wie ich mir davon teilweise doch erhoffe. Das ist ein bisschen doof. Gleichzeitig muss ich mich auch ständig neu formieren. So, aber jetzt dürftest du es eigentlich hinhauen. Erstmal schöne Seifen abgeben in deine Plänkler. Na komm. Royal. Ecosé. Oh, ich hab den Gen getötet. Wie denn das? Ja, den hab ich in den, äh, Nahkampf mit dazu geschickt. Er ist dann, äh, sofort krepiert. Die Einheiten legen hier auch ewig lang an. Schau mal, die legen hier seit 20 Sekunden an. Ihr dürft schon schießen, ne? Die schießen. Jetzt reibt aber hier mal die Franzosen auf Kinder. Gestaffelt. Gestaffelt schießen die Freunde. Ja, ist schon ein ziemlich eindeutiger Sieg für dich, ne? Hm, das würde ich jetzt noch nicht sagen, also. Das ist noch nicht entschieden hier. Absolut noch nicht. Na, so ziemlich, ne? Ah ja doch, jetzt bricht deine Mitte ein bisschen weg, ja. Ja, ja. Ja, ja, aber du hast noch deine Kavallerie. Wenn ich nicht ins Kavallerie gehen würde, würde es vielleicht noch gut aussehen für dich. Der, äh, ja, ja, das kannst du natürlich machen. Aber der Clou ist eigentlich, dass deine Kavallerie ja auch, obwohl sie, also rein, ähm, äh, qualitativ nicht so stark war, dass sie da doch sehr viel, äh, sehr lange auch standgehalten hat, ne? Genau, darauf habe ich mich verlassen. Ich habe, äh, quasi mit meinen starken Elite-Kavalleristen dich versucht aufzuhalten. Oh, du hast mich gechargen. Ich konnte trotzdem ins Karree gehen. Komisch. Ist in Napoleon anders. Ja, das ist, äh, das ist Empire, ne? Also. Ja, ja, es ist ja auch alles neu für mich. Also klar, so ein paar grundsätzliche Sachen, ähm, haben halt super geklappt gegen dich, äh, die auch in Napoleon funktionieren. Also zum einen an deiner linken Flanke konnte ich dich halt wunderbar umrunden. Ja, das habe ich gesehen. In der Mitte konnte ich dich mit der Kavallerie chargen, sodass, ähm, ich perfekt Situationen herstellen konnte, wo ich dir in den Rücken schieße oder in die Seite schieße. Und an der linken Flanke habe ich dich halt aufgehalten. Und das hat dann, äh, quasi das dort bewirkt. Ja, ja. Aber meine Maison Dura, die kämpfen sich da durch. Die haben 41 Mann und die, die metzeln sich da einfach durch, durch deine Garde-Infanterie. Unglaublich. Ja, da kann man nur noch GG sagen, ne? Ja, GG. Ich denke mal, du wirst mich noch oft genug schlagen, sodass, äh, ich hier nicht... Darauf kommt es mir gar nicht an. Aber ich glaube, man hat sehr schön gesehen, ähm, man hat sehr schön gesehen, wo die Fehler halt liegen, ne? Also, ähm, hier war es doch auf jeden Fall besser, auch ein bisschen mehr Masse mit reinzubringen. Insgesamt mehr Einheiten zu haben, um eben auch umrunden zu können. Eben wie du schön gesagt hast, auf der Flanke dran vorbeiziehen. Äh, die Kavallerie möglichst lange binden. Mit einer Einheit, die zwar auch schon gut ist, aber halt eben nicht ganz so teuer war, ne? Ja, also die Masse bringt schon was, auf jeden Fall. Wenn man aber mit Masse spielt, muss man darauf aufpassen, dass die Flanke, bei der man nicht den Akzent setzt, eben nicht zu schnell zusammenbricht. Und das habe ich dadurch gewährleistet, indem ich eben, äh, mit der Kavallerie deine Mitte gechargt habe, sodass du mit deiner Mitte quasi der Flanke, wo ich am schwächsten war, nicht mehr helfen konntest, sodass ich dort lange genug standhalten konnte, um über meine starke Flanke quasi dich wegzuräumen. Ähm, ich denke mal, in anderen Spielen wirst du mich richtig weghauen. Und du darfst auch entscheiden, welches das nächste Spiel sein wird. Ja, das nächste Spiel haben wir ja schon abgesprochen. Äh, die nächste Online-Schlacht wird Medieval 2 Total War sein. Alles klar. Die Frage ist jetzt nur, ähm, wollen wir es jetzt so machen, dass wir immer zwei Gefechte zeigen oder immer nur einzelne Gefechte? Äh, ja. Also weil die, also ich hätte auch nichts dagegen, etwas häufiger die Gefechte zu zeigen, weil die ja insgesamt auch ein bisschen kürzer sind, ne? Wir können gerne viele zeigen. Also, ähm, ich denke mal, es ist sehr interessant für die Zuschauer auch, ähm, wenn sie sehen, wie ein und dieselbe Schlacht live von dem einen und von dem anderen gespielt wurde. Denn, äh, dann sieht man ganz klar, was sich wer gedacht hat, wo die Fehlerquellen lagen. Klar, wenn man jetzt zusammen im TS hockt, kann man nicht sagen, was man sich denkt. Deshalb lief es ja auch meistens jetzt darauf hinaus, dass wir uns nicht, dass wir halt nicht großartig darüber geredet haben, was wir gerade machen. Ähm, ja, ja. Ähm, aber trotzdem kann man ja allein schon an dem, was der Spieler macht, sehen, was er sich gedacht hat. Und deshalb ist es sehr interessant und, äh, von mir aus können wir gerne auch jetzt, ähm, sagen, wir machen jetzt zwei Empire, nächstes Mal zwei Medieval. Ich hab im Moment Medieval nicht installiert, sonst würden wir jetzt sofort Medieval spielen. Wollten wir eigentlich als erstes machen? Ja, ja, aber das machen wir dann einfach für das nächste Projekt. Dann machen wir es doch so. Dann machen wir jetzt noch einen neuen Part, ja. Ja. Und, äh, wir machen quasi eine Revanche zu See. Zu See? Oh je, na klar. Da hab ich, da freu ich mich drauf. Das sind ja unsere Paradedisziplinen, die Seegefechte. Oh ja. Da haben wir schon einiges. Gut. Dann danke fürs Zuschauen, äh, bis zum nächsten Mal, Ola. Ja, ganz genau, äh, au revoir, auch von eurem Generalpilofers. So. Bis zum nächsten Mal.